Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Madison Keys bezwang im Finale von Charleston die frühere Nummer 1. Karoline Wozniacki Urheber recht get the images. Madison Keys feiert in Charleston ihren vierten Turniersieg und dennoch eine Premiere. In der Weltrangliste pirscht sie sich an die Top 10 heran. Untertitelung des ZDF für funk, 2017